Es lohnt sich, diesen Ford einmal näher anzuschauen. Mit dem Dieselmotor und dem manuellen Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Der Sitzkomfort ist ausgezeichnet und das Auto ist mit nützlichen und angenehmen Extras ausgestattet. So etwa einem Bluetooth-Car-Kit, einem Navigationssystem, einer Geschwindigkeitsregelanlage und einer Klimaautomatik. Die Sicherheitsausrüstungen in diesem Auto sind beispielsweise ESP, Tagfahrlicht und Traktionskontrolle. Untertitelung des ZDF, 2020